Ich will dich, Freiheit, ich will dich aufrauen mit Schmirgelpapier, du Geleckte, die ich meine, meine, unsere Freiheit von und zu. Modefratz, du wirst geleckt mit Zungenspitzen, bis du ganz rund bist, Kugel auf allen Tüchern, Freiheit, Wort, das ich aufrauen will, ich will dich mit Glassplittern spicken, dass man dich schwer auf die Zunge nimmt und du niemandes Ball bist. Dich und andere, Worte möchte ich mit Glassplittern spicken, wie es Konfuzius befiehlt, der alte Chinese, die Eckenschale, sagt er, muss Ecken haben, sagt er, oder der Staat geht zugrunde. Nichts weiter, sagt er, ist vonnöten, nennt das Runde rund und das Eckige eckig. Hier ist von der Kugel und die Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020